Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Wohnungs- und Obdachlosigkeit bekämpfen, Zwangsräume verhindern, Menschenrechte auf Wohnen, Dauer auf sicherstellen, so die Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe das mal durchgelesen und habe dann eine neue Überschrift für Sie gefunden. Ich würde schreiben, Sozialneid schüren und Eigeninitiative verhindern. Das würde ich über diesen Antrag schreiben, meine Damen und Herren. So könnte man das sehen. Wir wissen alle, dass Mietverträge und auch Arbeitsverträge besondere Verträge sind. Da haben wir keine Gleichstellung, kein Augen auf Augenhöhe. Das ist auch richtig so. Das ist ein besonderer Vertrag. Aber trotzdem, meine Damen und Herren, Sie bedienen wieder mal das Klischee, der raffgierige Vermieter und der ausgebeutete Mieter. So ist das nicht. In den meisten Fällen ist es eine Sozialpartnerschaft, die wir auch gebrauchen. Aber das kommt in Ihrem Antrag wieder mal nicht zum Ausdruck. Viele Jahre müssen die Leute ansparen, um Eigentum zu erwerben. Und manche wollen das nicht und wollen zur Miete wohnen. Das ist eine eigenständige Entscheidung, die jeder für sich selbst trifft. Die hohe Anspartdisziplin und auch unternehmerisches Risiko, Mietausfall durch nicht bedienende Annuitäten kann viele Vermieter auch in den Ruinen treiben, meine Damen und Herren. Und das, wie gesagt, sollte man dabei auch, wenn man diese Zielgruppe immer so angreift, mit bedenken. Sie machen hier einen Rundumschlag von Gründen für Wohnungslosigkeit, ohne die Ursachen zu unterscheiden. Machen Sie nicht. Sie nennen zum Beispiel Überschuldung insbesondere Mietschulden. Ja, wo liegt hier die Besonderheit oder Rechtfertigung, Mietschulden anders zu bewerten oder zu bagatellisieren gegenüber anderen Schulden? Für Schulden ist grundsätzlich erst bei der Schuldner zuständig. Das ist Vertragsrecht. Das ist nun mal so, meine Damen und Herren. Zweitens. Der Vermieter hat nicht die Aufgabe, staatliche, soziale Aufgaben zu übernehmen. Das hat er nicht. Arbeitsplatzverlust, Krankheit, das führen Sie ja auf, werden in Deutschland grundsätzlich auch sozial abgefedert. Auch hier ist nicht der Vertragspartner verantwortlich, sondern allein unser Sozialsystem, wenn überhaupt. Sie nennen weiter die Trennung vom Lebenspartner. Frage ich mich, wieso hier die Gesellschaft Verantwortung zu ziehen ist mit Wohnungen. Das müssen die beiden mal selber klären oder die drei oder wie viele da drin wohnen. Meine Damen und Herren, das hat vorher geklappt, auch hinterher. Sie nennen den Mangel, hören Sie erst mal zu jetzt, Sie nennen den Mangel an bezahlbaren Wohnraum. Und da kommen wir natürlich zu dem, was mein Kollege vorhin schon gesagt hat. Wer ist denn für diese Kostenexplosion verantwortlich? Da sind Sie ja mitverantwortlich dafür, mit Ihrer multinationalen, globalen Politik auf dem Rücken der einheimlichen Bevölkerung. Wer glauben Sie denn wirklich, meine Damen und Herren, wenn Hunderttausende, Sie können scheinbar nicht mal recht erinnern, wenn Hunderttausende in das Land strömen, wo sollen die die Wohnungen kommen, dann kommen die Schlagart durch die Gras aus der Erde. Wie stellen Sie sich das vor? Die müssen gebaut werden. Da nehmen Sie auch noch die Leute aus der EU rein. Die wollen Sie auch noch haben, dass Sie nach drei Monaten, die schreiben bloß mal einen Antrag, ich suche Arbeit, und da soll er in die gleichen Rechte reinkommen. Also Sie haben irgendwie noch irgendwie so ein Geldgoldesel, den Sie ständig aufmachen können, um das zu bezahlen. Geschätzt geht das in viele Milliarden. Meine Damen und Herren, gerade diese Personengruppe, die ich eben genannt habe, die jetzt zu uns geströmt sind oder immer noch strömen, die wollen aber auch nicht in den ländlichen Raum ziehen. Dort haben wir nämlich unheimlich viel Leerstand, meine Damen und Herren. Nein, die wollen natürlich alle in die Städte ziehen. Und da haben Sie mit Ihrer Mietpreisfremse und Kaffeeungskränze noch einen Anreiz geschaffen, obwohl es doch schon dicht besiedelt ist. Knallen Sie die Leute immer noch dort rein, anstatt den ländlichen Raum zu stärken. Nein, Sie müssen in den ländlichen Raum stehren, das begreifen Sie nicht. Und da müssen Sie den stärken und nicht noch die überfüllten Gebiete mit diesen Instrumenten, meine Damen und Herren. Das ist entscheidend. Wo sollen denn die Wohnungen herkommen, meine Damen und Herren? Und warum soll die deutsche Bevölkerung die Wohnungen wieder stemmen? Das ist gar nicht einzusehen, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt mal zu der Mietsteigerung, wie Sie überhaupt zustande kommen. Einmal haben wir erhöhte Baukosten. Haben Sie alle mit dran gewirkt? Dämmvorschriften, Energieeinsparverordnung, Energieausweis, Solardächer und so weiter und so weiter. Ja, das kostet alles Geld. Das wird doch umgelegt. Ich glaube, das haben Sie immer noch nicht verstanden, dass Ihre Aktionen natürlich das Bauen verteuert haben in jeder Beziehung. Dann haben wir solche Kuriositäten. Meine Damen und Herren, ich habe hier noch solche Kuriositäten. Das Sperren von Öfen und Heizungsanlagen, wie angeblich überzogene Abgaswerte, werden Öfen rausgeschmissen, die ganz normal noch funktionieren. Die müssen alle verschrottet werden, wieder neu erzabauen, wieder neu herstellen. Wunderbare Planung, auch Umweltkosten. Meine Damen und Herren, noch mal eines zum Thema. Nebenkosten sind keine Mietkosten. Das sind keine Mietkosten. Können Sie sich auch mal anhören. Nebenkosten sind Abgaben, die der Staat teilweise miett. mit zu verantworten hat. Da haben wir die Energieabgaben, die Umsatzsteuer, die EEG-Umlage auf Strom und Gas. Das macht den Monat pro Haushalt bis 80 Euro aus. Meine Damen und Herren, könnte man auch sparen, wenn man das mal zurückfahren würde. Meine Damen und Herren, können Sie mal darüber nachdenken. Sie wollen eine Erleichterung der Zwangsräumung aufheben. Wollen Sie einschränken. Aber für den Bürger, der in die dritte Säule der Altersvorsorge investiert hat, da haben Sie nichts übrig für den. Da haben Sie nichts übrig. Interessiert Sie nicht. Keinen haben Sie nicht verstanden, nicht? Da kann durch die säumischen Zahler in Ruinen getrieben werden. Das ist für Sie auch interessant. Sie machen hier eine angeblich soziale Welle durch Ausgrenzung derer, die allein den Wohnlauf erst geschaffen haben. Wie grenzen Sie aus, meine Damen und Herren? So, die Forderung Begrenzung des Mietpreises. Meine Damen und Herren, wer übernimmt denn die steigenden, auch durch die Politik verursachten Kosten? Wer soll die übernehmen? Wenn Sie das dem Vermieter aufdrücken, dann wird die Attraktivität der Vermietung natürlich zurückgehen. Es wird weniger Angebot geben. Aber das müsste selbst Ihnen einleuchten. Aber da habe ich so meine Probleme, ob Sie das nachvollziehen können. Herr Schwangenberg, achten Sie bitte auf die Zeit, dann kommen Sie zum Schluss. Ja, dann gehe ich zurück an die Linken, meine Damen und Herren. Sie haben doch beklagt, den sozialen Wohnungsbau zurückgegangen oder städtische. 2013, hören Sie erst mal zu, 2013. Das müssen Sie bitte jetzt im Ausschuss klären. Ja, 1,7 Milliarden D-Mark eingenommen bei dem Verkauf aller Dresdner Sozialwohnungen mit den Stimmen der Linken. Recht vielen Dank. Wiedersehen. Für die SPD-Fraktion hat nun Bernhard Dahldruck das Wort. Vielen Dank.